Die Schmerzen der Kirche Gibt es besser? Besser? Es schmeckt besser. Es schmeckt besser. So ist es Jesus. Jesus Christus, ja. Es gibt keinen anderen Namen, der heilen und retten kann. Er ist der einzige Retter, der in diesem Verhaut gibt. Schmerz weg? Ja, er nimmt Schmerz weg. Dann bringen wir von 7 auf 0. Kein Problem. Okay, okay. Sonst würden wir getrennt von Gott Ewigkeit in der Hölle erleben. Das willst du nicht. Wir müssen Jesus auch nehmen. Dann sind wir gerettet. Wie viel hast du jetzt von 0 bis 10? Null. Kein Witz. Ohne Witz. So ist Jesus. Ja, wirklich. Es geht nicht allein. Wenn schon mal an das viele Mögen. Ich werde das Leben verloren. Er hat uns hier an.